boi boi und herzlich willkommen zu der neue runde last man standing mit den lieben chris cookie an meiner seite ja grüß euch leute moin moin ja und auf diesen jungen mann vertraue ich heute bist du verloren schon immer genau das denke ich mir auch so die faktor höhen da ich ne mut mut sie wollte sagen muss sie mut im zelt ich kann nicht mehr und 20 schuss Chris! Da kommt wer! Da kommt wer! Warte mal! Ihr habt noch mehr als ein Schritt gehört. Oh! Die Arax, wie die heißt. Aratix. Ja? Ihr könnt uns die rausgeben auf den Sack. Mir kommt vor, ihr habt mehr als zwei Schritte gehört. Also zwei Leute. Weiß ich nicht. Ich hab keine gehört. Du. Leuch. Du Leuchte. Ähm. Wo sind wir überhaupt da unten? Also ich hör nichts. Jetzt schauen wir zum Nachbarn rein. Rein wir mal rüber. Äh. Warte mal. To the neighborhood. Ja warte mal schnell. Armgejuckt. Dann. Gated up hier du. Ich hab das Gefühl. Da da oben keiner ist. Da ist echt so. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Er geht außen rum. Er geht außen rum. Er geht außen rum. Hab einen erwischt. Hab einen erwischt. Der ist draußen. Weiter erwischt. Guter Mann Kona. Da ist meine Munition. Ich brauch Munition. Genau die Munition brauche. Wo ist der andere? Der ist draußen gestorben oder? Ich hab da gefühlt da ist keiner. Oh da kommen sie schon. Ja. Eigentlich hatte ich fast. Ich hab beide fast gehabt. Die sind weggelaufen. Die Schweine. Weißt du. So. Nachladen. Na gut. Na gut. Boah. Hab ich wieder noch Schuss. Mal ein Visier ranbringen. War. An. Der Tor. So. Und weiter. Ja. Ja. Können wir machen. Alles klärchen. Bärchen. Was? Hä? Ja. Wir laufen genau richtig auch noch. Laufen richtig? Sehr gut. Muss ich da gucken nämlich. Sind wir doof hier einzuschätzen. So. Hinter uns aufpassen, da da keiner ist. Links von uns ist ein Haus. Da könnte auch jemand gesponsern. Ich glaub sogar, dass jemand gespons. Are you sure? Aha. Are you Jersey sure? Aber sowas von. Der letzte, den ich grad umgebracht hab. Der hat sich nämlich nur auf dich konzentriert. Dadurch konnte ich von hinten einen machen. Duck dich. Duck dich. Gott sei Dank. Ich hab gedacht, ich schaff's noch von hinten. Aber der hat sich umgedreht. Ach. Kriegst du. Ich weiß nicht. Da kommt sicher wer her. Wenn jetzt keiner da ist, dann kommt wer her. Loot ist noch da. Okay. Bleib geduckt. Bleib geduckt. Was laufen grad? Da kommt noch wer. Kommst da rauf. Weil da unterhalb der Spawnpunkt ist. Ja na gut. Das erklärt so einiges. Hier ist ne Chris. Hier ist ne Chris. Ja Rolle, das ist eine Chris. Eine Waffe. Ich bin eine Waffe. Und das hier ist auch eine Chris. Ich hab ne Frage, ob der jetzt wirklich da her lauft. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht du. Ich auch nicht du. Noch seh ich niemanden. Ich bin grad wie die Schafe hat der Schlachtung. So unsicher. So unwohl. Hier ist keiner mehr. Da folgt ne? Ja ich bin. Achso. Mensch. Ne ich lauf nicht ganz drüber. Ich schau nur. Ja ich denke nicht, dass der noch bekommt. Kann sein, dass hier keiner gespawnt ist. Ich hab Schüsse gehört hier unten. Ich hab keine gehört. Ne? Doch. Bist ich ganz sicher? Ich denke schon, ja. Als du da geredet hast. Ein Bildung, ich weiß ja gar nicht du. Ne. Keine Ahnung, komm wir laufen weiter. Ist egal. Ja laufen weiter, ja. Meine Jute ey. Lücken wir hier noch schnell fertig. Natürlich, jetzt hat er vielleicht das auch gehört. Sag ich doch. Nein, das kommt von oben. Kommt von oben, ja? Ja. Alles klar. Ja, von der Richtung. Südwesten, Westen herum. Da oben schießen sie. Nein, ich hab's doch nicht. Das fängt fest. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal durch die Büsche. Mhm. Sicher ist sicher. Könnten beide synchronisch mehr werden. Mit Deckung, ich lauf. Alles klar. Einer ist tot. Okay. Da oben sind sie, ja. Ja. Na, da oben kannst du das mal drücken. Krieg ich ruf oder was? Ja ja. Ist das ein Haus? Ja, da werden sie es jetzt hinlaufen auch. Sicher? Alter. Ich duck mich mal ganz. Es geht so rüber, dann sehen sie mich so schnell. Geh durch runter, äh, liege. Allerdings. Liege, liege! Er wollte gerade nicht machen. Jetzt aber. Zahmarschig. Hey, keine Sau hier, du. Kommt noch, kommt noch. Hier oben ist das irgendwo. Okay, ich gehe wieder in die Hauke. Ich auch. Geh mal hoch zum Baum hier, ne? Rückenlang, ja? Ja, ich hatte es von hinten kam. Schieß nochmal bitte, aber nicht auf mich. Ich habe hier irgendwo Schritte. Scheiße. Du, hier ist nichts oben. Ich bin ganz oben, sehe nichts. Noch safe? Ich komme zu dir rauf. Da ist ein Haus. Nein, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wo ist er? Äh, zwischen Süden und Südwesten. Er ist ein Busch. Ganz unten ist er. Kannst ruhig laufen. Kannst ruhig laufen, brauchst dich kriechen. Laufst du weg von uns oder lauf uns zu? Genau in die Richtung, wo er langlauft. Ne, er lauft weg. Okay, er lauft zum Haus oder was? Ne, ne, der war schon hinterm Haus. Da unten ist er, da unten ist er, guck mal. Ja. Er redet im Haus rein. Hast du gesehen? Jep. Ich habe meine, ich habe meine... Ihr könnt es dann hier verstecken. Kleiner ist auch verstecken, er hat mich gesehen. Wo ist er? Er hat aber ein Haus dann, hat er geguckt. Oh, wir sind safe. Ja, ich will schon, da wäre er nicht. Jetzt muss er... Rush, er muss rushen. Er läuft rechts. Er läuft weg, über die Straße. Sicher? Wo denn? Er hat jetzt geschossen, das war nicht er, oder? Er war das doch, er war das. Er ist in einem Baum. Nein, er wurde erschossen, da ist noch einer. Er hat die Leiche liegt hinter dem Baum. Kommen wir weiter. Oder wir warten hier, bis der andere Typ vor Rush. Der, was im Haus drin war. Was versteckt dich hinter einem Baum? Wo ist der? Wo, wo? Ganz ruhig. Ja, da, ich sehe ihn schon. Beim Haus hinterhalb, beim Zaun steht er. Er läuft gerade rechts rüber. Müssen wir gleich irgendwo sehen. Jetzt muss er gleich kommen. Da, rechts, läuft er. Scheiße, ich habe einen Baum davor. Das ist da, wo der andere Feuer war. Das war's für ihn. Ich treffe ihn von der Entfernung nicht mit dem Tor. Wo ist die tolle Sau? Da, ein Baum steht da. Er ist in einem Baum. Er ist in einem Baum. Erwischt. Hast du ihn? Ja. Guter Mann, Kona. Headshot, glaube ich. Ja, Headshot. War er schon safe? Ja, glaube ich. Ja, war safe. Look mit ihm. Okay, los. Ach Gott, ey. Meine Güte. Ich hätte gedacht, er stirbt durch die Zone. Wo ist der? Da hingegen immer beim Buschen. Ah, da. Und dritt. Hä? Er rennt aber noch hin. Ja, mach mal. Noch 22 Spiele am Leben, alter, wa? So. Von Scope oder irgendwas eh. Was glaubt man ich die? Äh, A, C, O, G, hab ich mehrere. Ja, reicht, reicht. Ah, schön. Danke. Bitteschön. Oh, komm, schon wieder laufen. Immer dieser Stress. Hier ist glaube ich keiner, ne? Denk ich auch nicht, ne? Kann ich weiter, ein Stück, zu laufen. Aber wir rushen mal rüber. So, schnell mitnehmen, was da drin ist, immer noch. Wow. Also sind wir hier wieder. Wow. Wollen wir oben lang gehen oder unten? Gehen wir unten. Oh, es wird nur wieder unnötig umweg. Ja, da hast du wohl recht. So, so. Hier wird die Zone end, wa? Ne, guck mal hier, in der Mitte. Hier ist ein Strick. Ach, so ne Karte. Dann laufen wir gleich zum ersten Gebäude, ne? Dann können wir schon weiterlaufen hier. So, passen, da keiner vor links kommt oben. Wir sind safe, wa? 22 Spiele noch mehr. 22, ja. Na ja, müssen wir gucken. Wie er wird reißen. Woll ich bleiben, da wolle ich nehmen. Was ist weg? Ich will vor dem Kamm. Schild? Wolltest du haben? Oh, mein Schild. Ja, was steht da? Cold Cola heißt das hier also, okay. So, mein lieber Chris. Ja, ich bin Chris. Wir sind hier, ich meine die Waffe, nein. Aufpassen hier, beide. Beide hübschen. Ich bin guter Dinge. Ja, da glaube ich dir sogar ein paar Pinke lässt. Und ein bisschen Munition. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, in dem Gebäude. Aber da wurde anscheinend schon gelootet. Ich klappe gerade die einzelnen Häuser ab, aber ich seh da auch keinen. Wo bist du gerade? Jetzt sieh'n. Ah, ich hab' einen. Was denn, er schießt? Nee, aber genau westlich ist er. Genau westlich. Ah, gegen die Straße oder was? Bei dem Haus. Bei dem Haus da westlich. Ah, bei dem zerfallenen. Hast du ihn gesehen, wo genau ist? Nee, tut mir leid du. Ich lauf mal zum weißen Haus und schieß von oben runter, wenn da hoffentlich keiner ist. Weiß ich, komm nicht weg hier. Bleib du derweil drinnen. Hau dir den Beinkiller rein. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Boah, jetzt, jetzt müsste da einer sein, dann, dann lach ich. Ich glaub, ich den irgendwo seh. Ihr seht, er ist rüber, er ist rüber, er ist rüber. Wo rüber? Ich seh'n nicht. Rechts vor dem Truck ist er jetzt, beim LKW. Hinter dem LKW ist er jetzt. Hä, ich ziel auf LKW? Da ist er irgendwo hinter. Ich bin safe, du. Im LKW seh' ich niemanden gehen. Doch, der ist dahinter irgendwo versteckt. No. Räufst du grad? Ja, du bist dann, oh, schrocken. Er schießt auf mich, okay? Ah, ich seh'n schon. Wo war er denn? Links vorne an der Schnauze war er vom LKW. Ach genau, das ist ein Bursch, aber der sieht mich. Der rüber. Oh, Headshot, aber... Nicht getötet. Nicht tot, nicht tot, nee, nee. Okay, er läuft... Ja, er ist jetzt im... Nachbargrundstück. Wo ist er? Nachbargrundstück. Da, wo ich bin, ne? Ja. Ich seh' keinen. Sag mal, ich seh' keinen. Wo ist er genau rüber gelaufen, weißt du das? Ne, hab ich nicht mehr geseh'n dann. Ah, ich seh' ihn. Unten beim Zelt ist er. Scheiße, ich hab ihn noch getroffen. Genau da, wo du bist, beim Zelt ist er. Ja, mich seh'n. Er ist drin... Er backt durch, ja. Er weiß, wo du bist, ja. Ich glaub, du backst auch durch, ne? Ja. Genau, geh mal einen Schritt zurück. Ach, Mann, schade. Er guck, jetzt kannst du deine Schocken, deine Schocken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Look, dich, du Idiot. Nein, Chris, mach keinen Scheiß. Wo ist er? Wo ist er? Weiß ich nicht. Ja, scheiße, bin ich mehr rübergekommen. Von 197 Metern Entfernung hat der mich jetzt erschossen. Ich hab da keinen gesehen, du. Ja, der muss irgendwo bei der Kipirke sein. Ja, 8. Platz ist aber nicht so schlecht, find ich. Ne, ist gut, ist gut, ne? Ist gut. Tja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wieder mal ein Like oder Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.